Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf OKRT mit mir, dem Chris und ihr seht schon mal wieder ein paar CSGO Cases. Ich habe mir jetzt ganze 20 Stück gegönnt. Ich könnte mir gleich noch welche kaufen, aber ich lasse es jetzt erstmal bei den 20, nicht, dass ich jetzt mein ganzes Money wastee. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Kiste, Alter. Wenn es dieses Mal nichts wird, Alter, ich öffne nie wieder Kisten, ich schwöre. Und wundert euch übrigens nicht, warum mein Headset so komisch ist. Ich habe das eine Ding abgebrochen, weil ich wegen CSGO ausgerastet bin. Ja, sage ich jetzt einfach mal nichts weiter zu. Ja, ich würde sagen, wir öffnen die ersten paar Kisten jetzt und mal gucken, was wir so kriegen, Alter. Ich hoffe, irgendwas Geiles mal. Okay, ich hoffe ja mal, dass ich diese komischen Messer hier bekomme, aber naja. Oh, die Golden Coil, die war auch ganz geil. Ja, 20 Shadow Cases, ich würde sagen, let's go. Bitte irgendwas Geiles kommt schon. Okay, ist ja erst die erste Kiste gewesen, ne. Farmer Survivor, die habe ich schon ein paar Mal gehabt. Ähm, na, gucke ich jetzt nicht, gucke ich jetzt nicht, welche Condition die hat. Schon mal eine Nila-Waffe, das ist schon mal nicht schlecht. Welche ist das? Äh, M2-49 Nebula Crusader. Die kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Würde ich mal kurz gucken. Äh, alle Kampfspuren, die sehen auch, äh, die sind ja gar nicht so heftig beschädigt aus, aber... Naja. Äh, ein paar Kisten haben wir ja noch. Mal gucken. Bin gespannt, ob ich hier mein ganzes Money jetzt wastee oder ob ich irgendwas Geiles bekomme. Neon Rider. Äh, Neon Rider sei schon weg 10. Was ist das? Was ist das denn, Alter? Was ist das für eine Waffe? Oh Mann, ey. Ich glaube... Oh, da war eine Pinke. Bitte die Ge... Ja, gut. Nein, geh weiter. Gut. Wenigstens die Stone Cold. Und die sieht mega gut aus, also von der Qualität her noch. Einsatzeprofell, die sah viel besser aus. Naja. Sah eher verliegt neu aus, oder minimale Gebrauchspuren. Aber naja. Steptrack SSG 08. Welch ist das? Big Iron, wenn die jetzt noch fängt, okay, die ist abgenommen. Aber ich glaube, die ist trotzdem ziemlich viel wert. Das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Minimale Gebrauchspuren. Alter, ich will wissen, wie viel die wert ist. Komm. Zeig's mir. Loll. 14 Euro, Alter. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Also bis jetzt habe ich das Manni schon mal wieder raus. Also ein bisschen irgendwie. Also wenn ich jetzt keine Cases mehr öffne, dann hätte ich das Manni schon raus. Ja, schon mal nicht schlecht. Läuft doch. Wenn die jetzt noch Factor Genue gewesen wären, ne? Alter, das wär's gewesen, aber... Kann ja nicht alles haben. Ja, das läuft schon mal. Direkt sowas Geiles. Ja, Mac 7, Kobalt Core, ey. Was ist das denn, ey? Scheiß drauf. Ist die Fabrik neu? Oh, die ist sogar Fabrik neu. Das ist ja etwas. Aber ich freu mich schon mal über die pinke Waffe. Wenigstens ist das schon wieder die McQueen, Alter. Jetzt reicht's aber. So, ich kann am Schluss auch noch einen Vertrag machen, dass die aufgewertet werden. Oh, da war schon wieder eine pinke Waffe. Da war zweimal die pinke Waffe, willst du mich verarschen? Und wir kriegen die Nebula Crusader wieder, ey. Scheiße. Weil ich finde es jetzt ein bisschen besser aus, als die andere eben. Ja, also bis jetzt hat's sich schon ein bisschen gelohnt, auf jeden Fall. Ja, und dann wieder sowas, ey. Ich sag jetzt einfach mal gar nichts zu. Ich hasse die Waffe, dass die hässlichste Farmers dieses gibt. In CSGO. Komm schon, irgendwas Nices noch. Da wär schon wieder fast die erste... Alter, das wär's gewesen, hätte ich die nochmal bekommen. Schade. Alter, da hätte ich die nochmal bekommen, ne. Man kann nicht alles haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sieht mega gut noch aus. Holy fuck. Stetric. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Flux. Einsatzepro... Alter. Alter, die nächste pinke Waffe. Und wieder mit Stetric. Wie viel ist die wert? Es lädt nicht. Es lädt nicht. Ich will wissen, wie viel die wert ist, Alter. Komm schon. So, jetzt lädt's. Ja, okay, die ist nicht so viel wert. Aber hätte die bessere Condition gehabt, ne. Dann wär das wahrscheinlich ein bisschen höher noch gewesen. Aber die sieht mega gut aus, muss man sagen. Und sie hat wieder Stetric drauf. Also... Bisher bin ich zufrieden. Also es geht schon mal klar. Jetzt noch so ein Messer oder eine rote Waffe, dann... Ja, was ist das denn? Hm. Irgendwie hat das da gerade rumgespackt. Wie viel Kisten haben wir noch? Acht Stück? Okay. Naja. Also jetzt noch eine rote Waffe und ich bin komplett zufrieden. Aber... Stetric Dual... Na, es wird die Max-7-Stat-Wack. Dual-Beretter. Das wäre ein bisschen geiler gewesen. Abgenutzt auch. Oh mein Gott. So schlecht einfach nur. So. Na, jetzt kriegen wir sie. Das, was ich eben haben wollte, kriegen wir halt jetzt. Duel-Berettas. Die sehen sogar mega gut aus. Minimal Gebrauchsspuren. Die können sogar ein bisschen was wert sein. Na, jetzt lädt das wieder nicht. Ja, juckt mich jetzt nicht. Gucke ich später. Ach ja. Oh, da war wieder eine pinke Waffe. Aber bis jetzt noch keine einzige rote Waffe oder so gesehen. Immer nur höchstens pink. Der wäre ja schon wieder die Flux gewesen. Aber bis jetzt noch keine einzige rote Waffe. Da ist nicht mal irgendwie eine erschienen. Das wundert mich ein bisschen. Aber naja. Na. Aber ne ziemlich nice Green Marine. Die sieht sogar noch ziemlich qualitativ gut aus. Mit dem Gebrauchsspuren, ja. Oh, schon wieder. Da war die Golden Koi. Ganz knapp dran vorbei. Oh mein Gott. Willst du mich verarschen, du scheiß Spiel, Alter. Hätte ich die bekommen, die ist irgendwie über 100 Euro wert. Ganz knapp dran vorbei, Alter. Ich hab noch Hoffnung. Bisschen Hoffnung hab ich noch. Scheiße, Alter. Mann, ich möchte einmal in meinem Leben Messer haben. Mein Hetzel fällt runter. Zwei Kisten? Eigentlich glaub ich kauf vielleicht noch. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit dem Rest machen soll. Ob ich's jetzt auf mein Konto... Scheiße. Wäre fast ne pinke Galgel gewesen. Ne, ne AK ist das, ne? AK, Frostside, Misty, wäre auch noch ganz nice gewesen. Auch ganz knapp dran vorbei. Schon wieder ne pinke Waffe, Alter. Willst du mich verarschen? Schon wieder. Und immer dran vorbei. Okay, ähm... So, und die letzten beiden Kisten. Ich hoffe, wenigstens ne rote Waffe mal. Ich will... Bitte, bitte. Aber ein Statwick Shotgun, das ist auch ganz gut. Aber die sieht mega scheiße aus. Naja, immerhin, wenn ich mal Gebrauchsspuren... So, letzte Case. Ich hab noch Hoffnung auf irgendwas Gutes. Irgendwas Geiles, ne? Da war schon wieder ne... Scheißspiel, Alter. Ich hasse dich. Ja, okay. Nimm mal noch einen Aufwertungsvertrag. Vielleicht kriegen wir da irgendwas cooles raus. Ähm... Ja. Vertrag öffnen. Aber wir haben mega gute Waffen bekommen, auf jeden Fall. Zweimal Statwick in Pink. Die eine ist sogar... Ganze 16 Euro wert, oder was die war. Also, ich brauch diese ganzen Scheißwaffen eigentlich gar nicht. Okay, die haben wir sowieso... Hä? Achso, ist das zurückgegangen. Ähm... Die haben wir ins Z-Rap bekommen, die können wir auch reinhauen. Kampffpuren, Kampf... Die haben wir zweimal Kampffpuren bekommen, die will ich eigentlich auch nicht sehen. Ich mag die Waffe eh nicht. Warte mal, einsatz erprobt, einsatz erprobt. Äh, die haben wir die Farmer schon wieder viermal bekommen. Holy shit. Packen wir die auch nochmal ein paar mal rein. Minimal gebraucht, packen wir auch noch rein. Und da würde ich sagen, einfach mal so einen Scheißvertrag hier machen. Das Verdecken... Kommt eh nur Scheiße raus, aber... Die anderen Waffen brauch ich eh nicht. So, mal gucken, was wir da rausbekommen. Vielleicht irgendeine coole. Ja, komm, mach hin. Lol, die sieht sogar nicht schlecht aus. P-250 Wingshot. Aus was für einer Case gibt es die? Welche... Shadow. Achso, das ist sogar aus der Kiste, die wir gerade... Ja, das ist doch nicht schlecht auf jeden Fall. Einsatzerprobt ist mir scheißegal. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Auf jeden Fall nicht schlecht dieses Mal. Ja, ihr seht's ja. SSG-08, Stetric. Und, ähm, die Flux. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, Leute.